Ich habe gesagt, es war da. Okay, der Weg ist hier. Ich gehe nach unten! Geh es! Ah, Scheiße, es ist schlecht! Es ist wirklich, wirklich schlecht! Hier steht immer noch Kampagnen einführer. Hier muss ich Pitch nochmal. Achso. Was ist denn hier? Da ist ein Supplier. Ich bin tot. Was wäre denn, jetzt kriege ich wieder Sachen entzünden. Du kannst dir Perkpoints mit Geld kaufen. Oh, fuck doch nicht ab, ey. Der andere. Hab ihn! Geh, 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 komm! Pfff! Du hast dich drehen wie so ein Beyblade. Du dreht mich immer noch. What the fuck? Du... Du! FIFA, Digger, FIFA! Warum bin ich eingefroren? Drei, for the win. Ich bin tot. Was ist das? Das ist ein Krokodil, Digga's. Ich bin tot. Oh mein Gott! Komm mal hin, komm mal hin. Mit Frauen zu tun, als ob ich arbeiten würde. Die hat keine Ahnung, was sie macht. Das waren die 2D-Vögel reinfliegen. Oh mein Gott, Alter. Das ist halt so ein... 2D-Bild, das sich einfach dreht, wenn du dich aufdrehst. Der fliegt rückwärts! Jetzt ist mein ganzes Geld im Gefüß, jetzt habe ich ein Loading-Facking-Icon. Warum ist man hier weg? Ich bin jetzt auch in der Luft stuck. Ja. Geil. Oh. Was? Was? Ich bin bloß. Schick auf... Te... Technology. ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. die sterben erst einmal am schuss lol ich brenne die ganze zeit ja du stehst heute direkt am feuer dran ok sie 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 Ich bin ein bisschen glücklich. Du bist so, dass du hier bist, nach dem Crash. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich weiß nicht. Ich habe etwas gehört. Ah! Nicht gut! Oh, crap! Ich kann's believe he made it out of that crash. Look at what's become of it. Yep. It's hard not to be demoralized after seeing that train and all the hope it held to go smashing against the rocks. Oh well. I haven't slept enough to listen to you. That would have been a crap way to die. Easy. Easy. We're okay. Right.